So jetzt müssen meine ganzen Arbeiter erstmal hier alles reparieren Oh, da hat's die Elf erwischt Schön Also nicht schön, dass du gestorben bist, aber egal Oh, das war knapp Ja, ich wäre wirklich froh, wenn die beiden Kerle in meiner Basis dort wären Library ist auch schon gebaut, okay, dann erforschen mal Soverein, your marketplace now serves you better Oh, tough fight Your highness, our research in the library is complete Locken wir mal irgendeinen Helden zu dem Schatz, weil das bringen uns die Schätze nix Soverein, your marketplace now serves you better Your highness, our research in the library is complete Your highness, our research in the library is complete Majestät, the local blacksmith offers new services Schatz collector Soverein, the building has been upgraded Soverein, the building has been upgraded Soverein, the building has been upgraded Majestät, the local blacksmith offers new services Soverein, your marketplace now serves you better Soverein, the building has been upgraded An item of holy significance Healing spell, was hast du gekriegt? An attack spell, okay So, als nächstes muss ich gucken, dass ich den Palast upgrade Und dann hinten raus haue Soverein, the building has been upgraded ...tax collector, tax collector, tax collector, more gold, your majesty. Majestic, the local blacksmith offers new services. So, Market Days, und dann klauen wir mal das Gold zusammen, jetzt mal, damit ich so schnell wie möglich den Platz upgrade. Ja, bis jetzt sieht's ganz okay aus. Oh, nicht nur eine Woken Avenger-Akete brauche ich. So, bessere Zauber. So, hunting, do master stick-up-up, okay. Upgraded. Your highness, our research in the library is complete. More gold, your majesty. I serve with pleasure. Majestic, the local blacksmith offers new services. So, Wizard-Gelde ist Marktgemaxt. Ich muss mich hier noch ein bisschen dann verbunkern, sobald ich wieder Geld habe. So. Magic Bazaar hätte ich eigentlich auch gerne. Das sind 13 Tage noch und wir haben bis jetzt nur zwei Burrows. Das wird schon irgendwie schief gehen. Your majesty, our new building is complete. Tats-Collector. Ein unwelcomed. Tats-Collector. Our Magic Bazaar offers jetzt feine neue Elixirs, your majesty. Vor allem wenn wir die Speed Potions haben und die Helden Speed Potions kaufen. Und nun Tonik of Speed. So, Blacksmith habe ich fertig. Solderius. Okay, hier oben scheint recht friedlich zu sein. Eigentlich. Ich habe dich gekauft, Herr Präsident. Ich bin der Kriter. Ich habe dich geschmackt, Herr Präsident. Ich habe dich gespürt, Herr Präsident. Ich habe dich entgegenziert. Ich bin der Kriterin. Ich habe dich noch einiges gefreut. Komm, hier zwei Treading Posts mal hin. Treading Posts ist jetzt zu teuer, Warrior Guild. Das war mein Wizard. Oh, der. Okay. Wo ist das? So, da vergebe ich schon mal Explorer Flex. Wenn da hoffert, dass ich irgendwer angesprochen fühle. Soverein! A building has been upgraded! Your Majesty! The Royal Treasury is nearly empty! Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty! Flying in Terror, natürlich! Nix da! My services may help. An unwelcome guest. In the name of the Sovereign! Darkness has won the day. Oh, tough fight. Let me help. Doros has spared you. For now. I'm outta here. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty! Also ja, das ist sowas von für die Katze, wenn es nicht einen Ranger oder so macht. Wir haben noch 8 Tage für 4 Barrels! Andorazek! My soul blazes brighter! In the name of the Sovereign! Atz collector! ínter! Ja, nein! Na, das ist schon mal da, oder? Ah! Es geht richtig der Stress wieder los. Das Ding hat sich wieder aufgebaut. Wie soll man mit den ganzen Steingolems hier übrigens klarkommen?